Oh, seht, ein Rätsel! Die Vorstellungsküste. Oh, welch ein Spaß. Träumt euch zu mir in das kühle Nass. Es geht nicht immer darum, was man sieht. Das, woran man glaubt, macht den Unterschied. Gestalte dein Leben nun ganz nach deinem Sinn. Aber tu's mit Bedacht und entdecke die Freiheit darin. Deswegen heißt es also Vorstellungsküste. Denn alles, was man sich vorstellt, wird wahr! Ich frag mich, was die Zeile Tu's mit Bedacht bedeutet. Ich kann mir vorstellen, wir sollten später darüber reden. Lasst uns Spaß haben! Ich stell mir grad eine Glitzerparty vor! Und ich stelle mir vor, wie ich schön entspanne. Ein Konfetti-Entspannungspool? Das hätten wir uns nicht in unseren kühnsten Träumen vorstellen können. Doch, Moment, eigentlich haben wir das ja gerade eben getan. Woo! Also, ich stelle mir gerade Schmetterlinge vor. Ich mir auch! Ich will meine Dekorationsfähigkeiten trainieren. Dann stelle ich mir jetzt eine Torte vor. Dann Zucker. Ein Haufen Zucker, aber keine Torte? Ähm, Brooklyn? Wow! Das gibt's doch nicht! Ich brauche noch mehr Zuckerguss. Könnt ihr mir kurz helfen? Ich bin Chena! Meine Damen lief.